Du könntest mir erzählen, was du in meiner Abwesenheit so getrieben hast? Was soll ich getrieben haben? Das mit uns beiden, das war ganz nett. Aber es ist vorbei. Ein Mann in meinem Leben reicht mir vollkommen aus. Ach, Tanja, dass du nicht die treueste Ehefrau der Welt bist, das wusste ich ja. Aber dass du es jetzt schon nötig hast, mit kleinen Jungs rumzumachen? Na, wenn das so ist, dann habt ihr beide doch sicherlich nichts dagegen, wenn ich Sebastian von dieser kleinen Unterhaltung berichte. Mach dich ruhig, sicherlich ohne Beweise. Dann sagt er, dass ich keine Beweise habe, Tanja. Ich bin Haro. Ich helfe heute hier aus. Ich heiße John und ich weiß von nichts. Lassen Sie mich raten, ein Glas Champagner für die schöne Dame. Richtig geraten.